Seid herzliches gegrüßt meine lieben Brüder und Schwestern. Ich check gerade Mikrofon ist unten. Ja, das muss man so erst runterklappen, das habe ich das letzte Mal vergessen, das war das letzte Mal. Und die Lautstärke, ich habe es gerade getestet, die Lautstärke, ich habe mein letztes Video getestet, die Lautstärke müsste jetzt einigermaßen stimmen, also zwischen meinem Mikrofon und dem Rest von dem Spiel. Ja gut, und hahaha, also wir waren da in dem Irrgarten da drin und jetzt sind wir hier. Und ich bin da, da ist ein Händler und da bin ich schon mal runtergegangen und bin da hier schon zwei Meter rumgegangen und ja, und ich habe da schon ein paar Schränke, da kann man ein paar Schränke aufmachen hier und man kann, der hat eine Glocke in der Hand oder einer hat eine Glocke in der Hand, die kann man abschießen, da ist was drin und man muss hier wirklich alles anschauen und abschießen oder aufmachen, da ist zu und ja. Verschlossen. Und gespeichert habe ich. Und nicht, heute geht es weiter. Und damit ich jetzt hier, weil ich habe, ich gucke jetzt mal hier mal wieder in eine Lösung rein, Backtracking zu den Burgmauern. Es heißt hier, also lauft danach in der großen Halle, also wir waren beim Händler. Treppe hinauf, ganz hinauf und nehmt oben die Tür ganz links. Also Treppe ganz hinauf und oben die Tür ganz links, weil da ist noch ein Schlüssel ganz links, jetzt warte, ganz hinauf oder warte, ganz links. Und da ist ein Zettel, pelzige Bücherwürmer, Ratten. Ich muss alle Ratten beseitigen. Große Halle Bibliothek, alle Ratten beseitigen, umschießen. Tür ganz, ja warte, Treppe ganz hinauf. Lauf die Treppe ganz hinauf. Ah, warte, das kann man wieder kaputt machen. Ganz hinauf und die Tür ganz links. Oh weia, Treppe ganz hinauf und die Tür ganz links. Ja, wo ist jetzt bei dem links? Jetzt warte, da muss man wieder alles, ich spiele ja völlig ehrlich auf leicht, aber völlig ehrlich, deswegen muss ich auch alles einsetzen. Welches Tür ist jetzt ganz links? Was meint der mit ganz links? Das wäre jetzt rein theoretisch die Tür. Ne, da ist keine Tür, ich kotze gleich. Ganz links, wo ist ganz links eine Tür? Treppe ganz hinauf, weiter geht es nicht rauf. Und die Tür ganz links. Meinen die die Tür, sonst gibt es ja keine. Da ist auch eine Tür. Ich kotze gleich. Ne, das wird es wohl nicht sein. Warte mal, ganz links, die nach Norden führt. Wo ist ein Norden bei dem? Wo ist denn bei mir Norden? Oben. Ich habe es jetzt nicht in Blickrichtung. Also ist oben Norden. Die nach Norden, der Norden ist oben. Da müsste das die Tür sein. Jetzt warte mal. Da war, da war, da war noch eine Vase. Tür ganz links. Und da sonst ist da nichts mehr. Jetzt warte. Da sind wir rauf gekömmt. Entschuldige. Ah, da guckst du, da ist schon wieder. Da ist ein Relief an der Wand. Da ist ein Relief an der Wand. Sehr witzig. Da ist bestimmt noch eins. Tür ganz links. Jetzt warte jetzt. Ah, da ist ein Dingsel. Da ist ein Dingsel. Die habe ich ja auf der Karte markiert. Die blauen Dingsel. Eins habe ich da unten. Zwei. Zwei habe ich da unten. Da hier ist der dritte. Vierte, fünfte. Wo ist der sechste? Da drüben. Ähm. Tür ganz links. Das ist nicht die Tür ganz links. Treppe ganz hinauf. Tür ganz links. Warte, da in der Mitte ist es. Hier oben war auch noch so ein blaues Ding, glaube ich. Das habe ich von unten aus abgeschossen. Und das müsste an die Tür ganz links zum Norden sein, oder? Zarte. Alter. Die würde dir bestimmt super stehen. Ja, dumm. Ich auch. Äh. Tür ganz links. Uh. Warte. Und wo ist der da? Ganz links. Die nach Norden führt. Hier findet. Hier finden ihr im Raum. Die haben wir in Deutsch. Raum links vorn in einer Kommode einen kleinen Schlüssel. Links vorn in einer Kommode einen kleinen Schlüssel. Links vorn in einer Kommode einen kleinen Schlüssel. Links vorn in einer Kommode. Warte. Entschuldige. Ich guck mir mal hier. Da raschelt schon einer. Raschelt da schon einer? Da raschelt schon einer. Wer raschelt denn da? Da raschelt schon einer. Irgendwas raschelt da. Entschuldige. Irgendwas raschelt da. Hier. Hier ist jetzt der Schlüssel, oder? Komm. Hier ist er. Also der ist es. Und ich geh jetzt nicht weiter, weil sonst kommt der Kollege. Und hier hat er einen Schlüssel. Jetzt haben wir den Drecks. Äh, den Schlüssel. Packt ihn ein und macht er auf den Weg zu den Burgmachern. Nehmt den Weg durch den Irrgarten. Also jetzt müssen wir, weil da ist noch eine Kommode. Nehmt den Weg durch den Irrgarten. Jetzt speichere ich lieber mal. Jetzt warte. Nehmt den. Oh, da ist eine Leiter. Nehmt den Weg durch den. Also jetzt speichern wir lieber mal den Schlüssel. Haben wir jetzt. Hallo, Fremder. Speichern. Komm rein. Ähm, bla. Das war vorhin. Da habe ich vorhin gespeichert. So, jetzt haben wir gespeichert. Und jetzt müssen wir durch den Irrgarten. Und da ist auch irgendein Ding. Da brauchen wir aber so eine Kurbel oder so. Schau her. Alter. Die mit ihren Geräuschen macht mich wahnsinnig. Jetzt müssen wir durch den Irrgarten zurück. Das ist jetzt tatsächlich die eine Kiste da auf den... Das ist tatsächlich die Kiste hier, oder? Verschlossen ist schon... Oh Gott. Der kann jetzt zurückgehen. Kommt jetzt da nochmal ein Idiot. Jetzt warte. Äh, Pause. Ich habe keinen Kaffee mehr. Warte. Ähm. Nehmt den Weg durch den Irrgarten. Beim Händler vor dem Irrgarten, der zum Weinkeller führt, holt dir noch einen Schatz. Beim Händler vor dem Irr... Hä? Beim Händler vor dem Irrgarten, der zum Weinkeller führt. Beim Händler vor dem Irrgarten, der zum Wein... Ach, das ist auf der... Nicht der jetzt hier, sondern nach dem Irrgarten. Also von der anderen Seite aus. Also wo die rote Laterne... Jetzt warte. Äh, jetzt muss ich... Hoffentlich kommt da jetzt keiner mehr. Ich muss jetzt da hinten irgendwo raus. Kann ich da jetzt geradeaus durchgehen? Ich muss jetzt da hinten die Treppe rauf, oder? Jetzt warte. Ne. Hier oder da? Alter, ich kenne mich schon wieder nicht mehr raus. Weinkeller. Ich muss zum Weinkeller. Ich muss jetzt... Wo geht denn das hin? Wasserhalle. Alter Schwede, ich könnte jetzt ganz zurückgehen, oder wie? Ne. Da ist noch ein Ding. Schau mit rechteckiger Vertiefung. Ach, da brauche ich die Dreckskurbel. Ne, warte. Ich muss jetzt welche Treppe rauf? Die... Weinkeller. Ich muss zum... Hä? Beim Händler vor dem Irrgarten, der zum Weinkeller führt. Hunde... Durch... Alter. Ich kapiere die Lösung nicht. Beim Händler vor dem Irrgarten, der zum Weinkeller führt. Das ist der da, oder? Also, die haben ein Deutsch. Beim Händler vor dem Irrgarten... Also, von der Seite aus gesehen ist er vor dem Irrgarten. Der zum Weinkeller führt. Der zum Weinkeller führt. Holt ihr noch einen Schatz? Hierfür lauft ihr mit Eschi durch den Bereich, wo ihr die rote Laterne eingesetzt habt. Wo habe ich denn die rote Laterne eingesetzt? Das ist da beim Weinkeller irgendwo. Wand mit Durchbruch. Ah, da muss die Ashley rein, oder? Warte. Ah ja. Also, ich muss jetzt da rüber. Alter, wo ist die... Da hinten rauf. Da vorher hat man die Ashley... Wo geht's denn da hin? Ah, das ist der Händler, das ist der Händler. Und jetzt muss ich da zurück. Jetzt warte. Und da mit der Ashley durch. Und Achtung, da kommt angeblich... Kommt da noch wer? Ich seh nix. Ich seh nix. Da hocken die, hocken da. Jetzt warte. So, da jetzt rauf. Oder? Und jetzt kommt... Ah, jetzt kommt einer. Jetzt kommt einer. Kommt einer. Kommt da noch einer? Kommt da nicht einer? Entschuldige, warte. Jetzt kenn ich mich schon wieder nicht aus. Da, da jetzt. Oder warte. Ah, da kann die oben rüber klettern, oder? Sartre. Ah, jetzt. Siehste, weil die war vorher nicht da, oder? Ah ja, das ist jetzt der da. Gut, jetzt warte. Okay. Und da? Hast was gut. Gibt's tausend Sachen. Konik. Äh, komm, das interessiert keinen. Und da ist ne Kiste. Und sonst ist hier... Ah ja, der Schatz. Ansonsten ist hier nix. Oder warte, da ist noch ne Kiste. Jetzt hab ich irgendwie wahrscheinlich die Kiste wieder voll hier. Warte, nicht mehr. Kann ich da was kombinieren? Ne, da war ja gelbes Kraut. Hab ich nicht. Ne, hab ich nicht. Maximale Gesundheit. Brauche ich irgendwas für die maximale Gesundheit. Und das, jetzt kann man das aufmachen. Was ist das? Das ist ein Dings, Dings, da. Sonst haben wir hier nix, oder? Da hoppt einer drin. Ne. Gut, jetzt haben wir das. Und jetzt müssen wir jetzt warten. Über die Mauer. Holt Schatz. Nun begebt ihr euch zurück zu dem Raum nördlich des Irrgartens mit dem Zimmer, in dem ihr Eschliwier getroffen habt. Troll abgestürzt ist. Auf den Burgmauern. Äh. Verschlossene Kommode. Ihr plündert nun die Burgmauern und solltet nun alle Gegengewichte abgetrennt haben, um diese frei zu begehen. Schaut hier bei sämtlichen Türmen der Mauern ganz oben nach Items sowie eine Aufziehkasse Lernfigur. Die glaube ich habe ich schon. Also wir müssen jetzt zu dem Ding da. Zu dem Drecksding. Jetzt muss ich das wieder zurück und dann da durch, oder? Da irgendwo durch. Da muss ich jetzt zurück wieder. Also jetzt müssen wir wieder. Da haben wir alles. Hier drin haben wir alles, gell. Wo geht es denn da hin? Da geht es auch. Geht es dann nicht auch wieder rund drüber? Ne. Buchwinterrei. Ja, ich glaube so rum ist es kürzer, oder? Alter Schwede. Wie viel das wohl wert ist? Ja, keine Ahnung. Jetzt warte, jetzt finde ich... Ach du Scheibe. Rote Laterne. Jetzt müssen wir... Jetzt bin ich im falschen Raum. Ich muss vor. Und da. Und da, oder? Und da. Und jetzt... Links, oder? Kann man die nicht irgendwie... Was machen die hier? Mensch, die mit ihren Geräuschen, die macht mich wahnsinnig. Jetzt sind wir wieder da. Jetzt pass auf. Jetzt speichere ich nochmal, oder? Verkaufst du dieses Ding? Nein. Nein. Ah, nur das Beste vom Besten. Speichern mag mich nicht mehr. Und jetzt müssen wir auf die Drecksburgmauer. Jetzt muss ich da raus. Jetzt muss ich da raus. Und ich glaube, ich muss zurück in den Irrgarten und die Treppe rauf, oder? Und dann da zurück. Ich muss zurück in den Irrgarten. Da haben wir alles, glaube ich, oder? Da kommst du ja ganz zum Anfang zurück, oder? Gut, Alter. Da ist auch... Da ist immer auch noch ein Schatz. Ich mag nicht mehr. Ach komm. So, jetzt weiß ich wieder nicht, wo ich bin. Andersrum. Da und dann links. Und jetzt... Jetzt links. Jetzt da durch, oder? Jetzt da durch. Dann da durch. Dann da durch. Wir müssen wieder auf die Burgenmauer jetzt. Rotte, komm her. Burgenmauer. Jetzt sind wir wieder auf der Burgenmauer. Und im nächsten Turm oben drin ist das Ding, oder? Und sonst haben wir auf die Burgenmauer soweit fertig, oder? Dann haben wir die Burgenmauer. Jetzt muss ich da rüber. Abstürzen kann ich ja nicht. Da oben ist das irgendwo, irgendwie. Da oben. Hier haben wir soweit erstmal alles. Und da oben. Ich höre aber schon wieder was Böses. Ich höre aber schon wieder was Böses. Und hier musste jetzt irgendwo... Natürlich, ich gucke nur noch mal. Wie kann man das Ding aufmachen? Warte. Da ist immer noch eine Tür zu, hier. Wieso ist da noch die Tür zu? Da muss man irgendein Gegengewicht noch abschießen. Jetzt warte. Und hier müsste jetzt die dämliche Kiste sein. Nee, da haben wir überhaupt noch was vergessen. Und wo ist jetzt die Böse? Ich mag nicht mehr. Ach komm! Wo ist denn die dämliche... kann ich jetzt... um irgendein Tor einschießen? Oder so? Wo ist die dämliche Kiste? Wo ist die Drecks? Ist die unten drunter? Die ist unten! Ach bitte! Die ist in der mittleren Ebene. Aber wir hatten hier sowieso ein Ding vergessen. Warte, die ist jetzt... immer noch eins runter. Wieso geht das Drecks Ding nicht auf? Noch eine Etage runter, oder? Stimmt das? Eine Etage unten. Da war ich ja da schon, oder? Eine Etage... Hier! Hier müsste... Auf der Ebene müsste jetzt... die Kiste sein. Da! Ich kotze gleich. Ich kotze gleich. So, jetzt haben wir den... dämlichen... Und wieso sind da immer noch die Türen zu? Da! Wieso ist da noch die Tür zu? Weil ich da sowieso nicht draufkomme, oder wie? Kann man da nix abschießen? Äh, ich mach das nicht mehr. Entschuldige, äh, jetzt haben wir... Jetzt haben wir... Und wieso ist denn die Tür noch zu? Ich komm da nicht mehr rüber. Achso, die brauch ich auch nicht, weil da kommt man eh nicht rüber, oder? Na gut. Also wir haben jetzt... den Kastellan. Da war ein Kastellan oben. Den haben wir... Und sonst hätten wir jetzt die Burgmauer fertig, oder? Schatztechnisch gesehen haben wir die Burgmauer fertig. Aber da ist noch ein Schatz. Da. Da. Ach komm. Da, wo wir angefangen haben. Und das, was war das? Das ist der Irrgarten. Ach, da kommen wir erst nach hinten. Schatz, aber ich kann nicht... Große Halle, da sind wir jetzt. Also gut, jetzt haben wir jetzt... Warte, was steht da in der Lösung? Ihr plündert nun die Burgmauern und solltet nun alle Gegengewichte abgetrennt haben, um diese frei zu begehen. Schaut hier bei sämtlichen Türmen, die Mauern ganz oben und nach Items sowie eine Aufziehkastellanfigur. Die, glaube ich, haben wir schon drei Tierköpfe in der Großen Halle. Kehrt nun in die Große Halle nach dem Irrgarten zurück. Also, wo wir jetzt angefangen haben. Oder? Alter, jetzt kann ich jetzt, mag ich nicht mehr. Äh, Kaffeepause. Wie spät haben wir es? Also, wir gehen jetzt... Du kannst es ausschalten. Ich gehe jetzt zurück in die Große Halle und trinke Karotte. Du kannst es ausschalten. Äh, wir müssen jetzt wieder zurück. Da drüben haben wir alles, gell? Hier haben wir alles. Oder so. Gut, und jetzt müssen wir in die Richtung zurück. Da komme ich, da oben komme ich sowieso nicht durch. Ah, nee, du sollst du jetzt sie nicht umschmeißen sollen. Mei, das ist ein Idiot. Wieso schmeißt du dann die um? Jetzt müssen wir wieder zurück. Jetzt komme ich nicht mehr zurück. Jetzt weiß ich es nicht mehr. Hier haben wir alles. Wir haben alles. Und jetzt einfach das Ausschütten da so. Haben wir jetzt alle Gegengewichte? Die macht mich wahnsinnig. Du kannst es ausschalten. Jetzt gehen wir zurück. Und speichern. Gehen wir zurück und speichern. Da haben wir alles. Kreissäge, genau. Da war die geil. Jetzt gehen wir zurück. Gehen wir zurück. Irrgarten haben wir auch alles. Hier haben wir alles. Jetzt gehen wir zurück. Und nein, das geht doch schneller, als ich dachte. Da wieder raus. Ah, schau her. Wir sind fertig schon fast. Jetzt speichern wir da drin. Da haben wir alles. Speichern und dann mache ich Pause. Also schalte aus und wieder ein. Du sollst das aufmachen. Ah, wir sind schon wieder da. Das ging doch schön ausgedacht. Jetzt speichere ich da und schalte aus. Also ich schalte jetzt aus und speichere und schalte wieder ein. Also herzlichen Dank und tschüss. Bis gleich.